Ich gehe jetzt direkt über zum nächsten gesetzten Redebeitrag von Peter Brenn. Peter Brenn war ehemaliger Denkmalpfleger der Friedrich-Berderschen Kirche. Vielleicht kannst du das auch selbst noch mal genauer ausführen. Und ist außerdem ein Grüner. Ja, schönen guten Abend. Es ist natürlich jetzt schwierig nach dem ganzen Redebeitrag etwas Neues durchzubringen. Vielleicht zur Information, was meine Person betrifft. Ich habe an der Mittwochgräuße Adri mit ihr zusammen erst mal 1983 bis 1985 die äußere Konstruktion der Friedrich-Berderschen Kirche gemacht. Und danach, nachdem sie weggegangen ist aus der DDR, habe ich dann zu 57 Jahren eine innere Konstruktion gemacht der Friedrich-Berderschen Kirche. Deshalb war ich dem Ort natürlich eine besondere Beziehung über diese Beziehung, und auch der Beziehung zum Architekten-Ingenieur-Verein bekommen. Peter Lemberg, wir sind beide im Vorstand des Architekten-Ingenieur-Vereins und sind natürlich durch Schienke mit dem Ort besonders behaftet und vertraut. Nach der Wende habe ich genau das, was Sie, Herr Kalfeldt, Ja, ja, aber das gehört auch zu den Einigen, die Sie sicher zu den fähigen Architekten nennen, da würde ich Ihnen auch zum Schluss drauf zukommen. Ich habe mich dann in die Politik begeben und habe von 1990 an eigentlich im Bauausschuss in Pankow gesessen und weiß auch, was ein B-Plan wert ist und wie man mit dem B-Plan umgehen kann und wie notwendig oder welche Tücken und welche Risiken ein B-Plan hat, über den wir jetzt heute auch hier sprechen. Ich denke mir, ganz wichtig ist, und das haben Sie vollkommen recht, wenn ich Sie nochmal zitieren, Herr Kalfeldt, dass man das im Vorfeld natürlich sehr viel diskutieren muss. Ich nehme mal nur ein Beispiel, das auch möglich ist. Wir haben zum Beispiel gerade in Pankow eine ganz schwierige Stelle mit dem B-Plan zusammen entwickelt, den B-Plan. Aus der Entwicklung heraus, aus der Bezirksfondsversammlung mit den Betroffenen haben wir den Plan entwickelt und setzen ihn dann als B-Plan fest. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Ich würde mir die Botschaft jetzt ja nochmal sagen, dass da jetzt wirklich eine andere Politik rein muss. Und dann können sich unsere Kollegen, die wir hier sitzen, im Vorfeld trefflich schneiden, denn das Ergebnis, was dann rauskommt, ist das, was auch, denke ich, die breite Masse dann auch trägt. Also ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir aus dem hier nehmen sollen. Also ich glaube, das wäre schon, glaube ich, sehr bedeutend. Wenn ich Herrn Braunfels jetzt nochmal, Herr Korsad Braunfels zitiert habe, den ich verkehrt angesprochen habe, dann ist mir der Vortrag beim Schinkelfest, Peter, du warst ja dabei, was er gesagt hat, genau zu dem anderen Feld, was dahinter steht, Unibauakademie, dass es nicht so sein kann, dass das Neue das Alte erdrückt. Und diese Botschaft können wir durchaus raustragen in die Bevölkerung. Denn jeder, der weiß, sieht, hier ist das Alte und hier ist das Neue. Und das Alte hat einen Wert für die Leute, die es erkennen. Das Neue muss eine spannende Symbiose darstellen, was da. Und dieser Entwurf, der hier uns vorgelegt wird, ist eigentlich, was die Qualität von Architektur betrifft, sowas von mies, ich sage es mal ganz klar, weil das einfach eine Architektur ist, die können irgendwo stehen. Wir brauchen eine Architektur, die ein Genius Logi, also den Ort wahrnimmt und den Ort auch mit einer Architektur füllt, der dorthin passt. Und es ist auch immer die Architektur, das Spannende, wenn Sie in alte Städte gehen, ist der Kontrast zwischen alt und neu immer dann spannend, wenn der Städtebau stimmt. Und der Städtebau muss dem Volk der Städtebau, dem Ort, dann stimmt auch die Architektur. Und hier stimmt der Städtebau nicht, dann kann Architektur nämlich auch nicht stimmen. Das ist der grundsätzliche Fehler an dieser Sache. Ob sie noch zu händeln ist, weiß ich leider nicht, ich kann es nicht sagen. Und dann kommt es darauf an, was ich von Schinkel gelernt habe. Die friedlichwärtige Kirche wollte Schinkel so nie haben. Er wollte eine klassizistische Kirche. Und was hat Schinkel gemacht von seiner England-30-Jahr? Wenn du jetzt eine gotische Kirche hattest, der Grund ist noch im teutschen Stil. Ob nicht Wissen, das ist ja das Schlimme, dass das Fachwissen, jetzt mal sagen, ich sage es jetzt mal wirklich als Architekt, bei denjenigen, die ja nicht da ist, dann hat er natürlich nicht den Kronkritzen gesagt, die Gotik kommt aus Frankreich, sondern hat gesagt, wenn du so dumm bist, dann verkaufe ich dir nämlich die englische Gotik. Das hat er gar nicht gemerkt. Das ist ja eine englische Kirche, eine englisch-gotische Kirche ist mit dem Flachdach. Und das muss man einfach sehen. Und dass diese Aufgabe dann von Architekten und Kollegen so ausgeübt wird, dass es auch eine Qualität hat. Und dieser Entwurf, das kritisiere ich nicht bloß, wenn der Höhe ist schlecht, sondern die Architektur ist einfach schlecht. Dass die Fenster, Entschuldigung, dass die Fenster, dass die beiden, die drei, fünf Originalfenster am Chor waren, nur Originalfenster. Die anderen haben ja alle neu nach Schinkel nachgebaut. Wenn so ein wichtiges Fenster verstellt ist, dann ist der historische Innenraum, wir haben in dieser Stadt nur noch zwei historische Innenräume von Schinkel. Nur zwei Stück, das ist das alte Museum und die Friedrich-Wertische Kirche. Und wir haben die Friedrich-Wertische Kirche, da bin ich sehr stolz drauf, in einer weißen Stadt konstruiert, so wie sie Schinkel nämlich mal haben wollte, nachdem nämlich die, vielleicht vom Allgemeinwissen noch zur Verständigung, es waren ja zwei Kirchen geplant, deshalb sind noch die beiden Eingänge da und in der Mitte sollten Altäre sein. Beide Teile Altäre waren verlustig und die Kirche hatte dann nicht diesen Eindruck, den sie jetzt hat. Dieser großzügige Eindruck innen, der ist nur da der Tatsache schuldet, dass die Altäre nicht mehr da waren. Denn der Umgang war nicht mehr vorhanden, vielleicht das auch nur zum Verständnis der Friedrich-Wertischen Kirche eigentlich. Also das war mein Beitrag. Danke. Als letzten Beitrag machen wir jetzt die Frau Christel Hesel und ich freue mich sehr, dass Sie hergekommen sind und sehr gerne würden wir jetzt aus Ihrer Sicht hören, was Sie auch aus denkmal-pflegerischer Sicht meinen, was für eine Bedeutung eine solche Bebauung hätte. Dieser Bebauungsplan, den ich also wirklich durchgearbeitet habe und auch schon den 208 Schintelplatz, Schintelplatz, da ist mir also aufgefallen, dass ich, ich muss mal vorausschicken, ich war tätig im Landesdenkmalamt und bin jetzt am Wohlstand. Und bei dieser Durcharbeitung ist mir aufgefallen, dass ein völliges Durcheinander an Maßangaben existiert und selbst wenn jetzt noch gesagt wird, Traufhöhe, Kirche, dann weiß ich nicht was. Es gibt die Attika-Oberkante, es gibt das Hauptgesinns und es gibt diese Acanthus-Gesinns-Unterkante. Das Ganze ist zwei Meter hoch. Und dieses Hin- und Hergebacken und im B-Platz 108 Schinkelplatz wurde angegeben, drei Gebäude, die Bauakademie, das Kommandantenhaus und die Kirche. Und die beiden ersten waren vielleicht korrekt, da gibt es eben Traufhöhe, wo ich nicht weiß, ist das das Gesinns- oder ist das Attika-Oberkante, was ich annehme. Aber für die Kirche stand circa 30 Meter. Und da habe ich dann Frau Professor Abri angerufen und erfahren, dass die auf 25,20 Meter liegt, die das Hauptgesinns. Und diese fünf Meter, das finde ich natürlich ziemlich schlimm und haben natürlich auch Stellungnahmen genommen mit anderen zusammen. Inzwischen der neue Plan jetzt, der neue B-Plan 208.1 hat also nun nachgeholt. Auswärtiges Amt, was wir gefordert hatten, Opernintendant und ja, das waren die. Also gegenüberliegende Hotel und so weiter sind angegeben. Aber auch wiederum eine verunklärende, mal Gesinns, mal wird gesagt, Traufpunkt. Also da gibt es also ganz große Unterschiede, sodass man da rechnet und rechnet. Ich habe also nun bei Frau Abri mich erkundigt und habe also Maße durchgesagt bekommen, denn in ihrer Dissertation, das ist diese hier, hat sie sich auf andere Themen bearbeitet, nämlich die Steinhersteller. So, das wäre der Punkt. Das hat mich so aufgeregt, dass man eigentlich nicht verstehen kann, dass in diesem Wust von Text man sich mühselig die Böhen raussuchen muss. Das könnte ja auch mittels einer Zeichnung angegeben werden. So, das fehlte. Jetzt als zweiten Punkt würde ich mal sagen, dass man sich jetzt bei dem Neubau, bei Neubebauung an dem Hochturm, wie man ihn nennt, also die Türme werden entdeckt für dieses Gebiet. Und zwar geht man aus von dem Bankhaus Gleichröder, der ein, der Hofbanker von, der Hof, wie sagt man, Bankier von Dirk und Zollern war und auch Freundin mit Bismarck. Der hat wahrscheinlich für den Bau dieses Gebäudes eine Sondergenehmigung bekommen, denn es ist nicht größer als viereinhalb mal zehn Meter einfach. Ja, das ist ein ganz kleines, das ist eigentlich eine Eckbetulierung, weiter nicht. Und daraus jetzt zu machen eine Turmgeschichte für Friedrich Werder, das ist absurd. Und das zweite, was auch absurd ist, warum man jetzt auf diese Kleinteiligkeit der Straßen und Gassen zurückgeht, das sozusagen mit dem Wort Rekonstruktion bezeichnet und dafür die Kirche und ihre verteidigte Architektur vollkommen aus dem Blick verloren hat. Und insofern meine ich, verstößt das gegen Denkmalschutzgesetz § 10 und auch gegen die Charta von Venedig von 1964. Das heißt Umgebungsschutz und Rücksichtnahme. Das heißt, es bedeutet ja auch, dass man Architektur erkennen muss. Und das wurde ja schon ausgeführt, sieht man hier nicht in dem Entwurf. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für diese klärenden Worte, dass sie einfach nochmal darstellen, eine Problematik, über die ich auch gestolpert bin, dass in der Tat die Höhenentwicklung extrem schwer nachzuvollziehen ist an diesem Ort, obwohl ich eben schon der Meinung bin, dass es um diese Meter durchaus geht. Und wir haben natürlich das Problem, vielleicht auch zu meiner Situation, ich bin nachgerutscht in dieses Abgeordnetenhaus, erst vor gut anderthalb Jahren und dann in den Bauausschuss gekommen. Und natürlich sind wir hier als Parlamentarier end of the pipe, weil wir ja in dem Sinne nur ein Kontrollorgan sind. Das Parlament kontrolliert nur und ist nicht gestalten tätig. Und natürlich gestalten tut die Regierung an dieser Stelle eben die Senatsbaudirektorin und natürlich die städtebauliche Senatorin. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020